moin leute und herzlich willkommen zum nächsten video das ist das erste video wieder gut game empire shell shop live kommt momentan nicht die nächsten tagen wird es irgendwann kommen. world of tanks mit nikolas mit dem nickel wahrscheinlich dann auch hier oben wie lange das video jetzt sein wird wird jetzt nicht lange dauern einfach nur ein kleines infovideos hier the crazy guys unser kanal ihr könnt doch beim einzelkanal von jetzt nickel vorbeischauen einmal ein abo da lassen dann und daumen oben da lassen bei jedem video von ihm das könnt ihr hier bei mir bei uns im kanal auch gerne machen wenn ihr nichts verpassen wollt ein abo da lassen und die glocke aktivieren sehr wichtig das ist versprecher verbrecher meine erste aufnahme also wie ihr hier seht ich bin level 8 ich bin recht neu hier im spiel aber ich habe früher ein account mit level 25 gehabt von daher bin ich als doch nicht so neu bin hier in diese allianz gegangen vorher ARDIS GOLD-GOLD-LORDS Halt dein Maul! Halt einfach dein Maul! Es wird noch World of Tanks kommen, wie gesagt. Nickel wird wahrscheinlich auch noch ein paar Videos von sich aus hier machen, auf dem Kanal. Das könnte dann Minecraft sein oder andere Spiele. In der Tat. Und von mir aus hier, Good Game Empire, World of Tanks, Treasured Live, Roblox von beiden Seiten von uns. Nein. Ähm, oh, das war's schön. Und eine neue Nachricht. Sehr, nur sehr, Ulrich sagt. Viel Feind, viel Ehr. Eure jüngsten Sieger haben einiges an Aufmerksamkeit erregt. Bei weitem nicht nur von Freunden. Ihr werdet euch gegen viele rivalisierende Burgherren durchsetzen müssen. Ha! Okay, Ulrich. Wenn es so ist, dann müssen wir das machen. Fangen wir auf Stufe 3? Glaube auch nicht. Ich muss kurz schauen, läuft die Flamme. Jo, läuft perfekt. Also, ich hab öfters gesagt. Ich hoffe, euch gefällt es und nichts lachen. Steuertreibung gibt, gut sagt. Zeit zum Beispiel. Mittels Handelskaren könnt ihr aus der 50 neue eigenen Burgenträfte oder sie mit fremden Burgentausch. Okay. Okay. Kleine für Err. Hartnachs. Ähm. Münzen spenden. Ja, nichts lieber als das. Wir haben ja genügend. Also. Bin auch umgespendet. Ja, das kriegen wir hin. Münzen gespendet. Kommen auch hin. Das ist nichts hingekriegt. So. Das läuft ja wie am Schnürchen. Ne, das ist nicht schaffend. Das ist nicht anders. Ich weiß nicht, ne? Lol. Was ist denn das jetzt? Oh, lol. Oh, lol. Geil. Also, das kenne ich jetzt noch nicht. Das ist ja gut. Das ist magisch. Magisch. Finde ich gut. Finde ich gut. Nein, nein, das bleibt das offen. Ähm. Jo. Das ist gut. So, dann würde ich sagen, war es für eine Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Und tschau tschau. Vielen Dank.